heute mit der linie 172 ja spannend scheint etwas länger zu sein denn wir fahren jetzt von quartieren nord zu residenten zentral durch und labern und an den los genau und danach haben wir noch eine linie danach fehlt uns noch die linie und 100 zu 272 dann haben wir alle linien hier fertig tatsächlich aus dem kompletten spiel also erst mal ich schätze mal es gibt noch andere linien nach dem welchen bus man fährt ich nehme auch gerade übrigens alle Linien hintereinander auf deswegen weiß ich nicht ob es stimmt mit denen das die nach dem was für einen Bus man fährt man andere Linien bekommt da eine Auswahl zwischen mehreren Linien hat sehe ich dann erst wenn ich dann das erste Video hoch lande wahrscheinlich und ja so wie lange die 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 das ist nämlich nicht und ja ich hoffe euch geht es immer noch gut und ihr könnt mir gerne mal fragen in die Kommentare hauen für ein Q&A beziehungsweise für ein Q&A beziehungsweise wo dann auch eben die neueste Telonym Episode mit drin sein wird ja werde ich dann damit einbinden ich werde das dann machen ich werde dann Telonym damit einbinden in eben dieses Q&A und eure Fragen damit hinterher ja also wenn ihr Lust habt ihr könnt mir gerne Fragen in die Kommentare werfen und dann waren wir uns beim nächsten Mal dann rote Ampel in den Gelder wie immer mehr so lange kaufen rote Ampel in den Gelder weil die ich kann mir das irgendwie erklären ich weiß es nämlich echt gesagt nicht da wird einer mit irgendeinem Gelenk aus ich fand jetzt gerade eine 2 Türe, eine 3 Türe Mercedes ich weiß gerade nicht genau welches Modell da müsste ich nochmal nachdrucken dann nicht nur Modell das Ziel ist ich bin auch in so was ich ein bisschen wenn man beruf ich kann mich an den großen Modellen bemerken so was taucht was laute ich da fährt einer mit dem MAN Gelenk aus auf der 2.17 äh auf der 3.17 sorry 3.17 da fährt einer auf der 3.17 fährt einer auf der 2.17 äh auf der 3.17 äh auf der 3.17 so ok Jetzt muss man nur noch ein Eckerbieter sein. Ich möchte es schon mal rein dringen. Ich muss diese Eckerbieter. Ich stehe hier fest auf eine Kuppenstange. Das war mal ein. Jetzt sind die Glamrock bereit. Auch ein Security Breach. 7 Gummidi Null. Entschuldigung mit 50. Ich habe sie vom Schraubstück gefahren. Ich habe keine Ahnung wie lange diese Linie ist. Die scheint aber echt lang zu sein. Ich habe mich hier natürlich auch noch mitgenommen. Scheint schon etwas länger zu sein auf jeden Fall. Das ist auf jeden Fall länger als bei den anderen Linien. Bäng bäng. Ich hoffe da kommen noch ein paar. Ich hoffe da kommen noch zwei Linien dazu. Ich glaube Kollegen hier in der Vorderung ist ein bisschen schwierig. Ich glaube ich habe den Kollegen hier in der Vorderung ein bisschen schwierig. Vielen Dank. 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 Danke. 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 ... 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